I was gonna clean my room, but then I got high Also der hat sich voll viel vorgenommen in den Song, wollte sein Zimmer aufräumen, aber leider war er high High? Was heißt high? Also der hat gekifft. Achso Sind die Kiffen Drogen? Hm, glaub schon Und Drogen sind? Gemüse und Obst Aber es stimmt jetzt nicht ganz, oder? Was heißt das denn? Oder meinst du high das Tier? Achso, ja, in high sein, ja, das ist Genau, weil er sich in ein high verwandelt hat Achso Der wollte eigentlich sein Zimmer aufräumen, aber dann hat er sich leider in ein high verwandelt Und dann konnte er sein Zimmer nicht aufräumen Ja, coole Ausrede Aber es ist noch eine cool Version von Senna got high So, aber kann es sein, dass ich einfach zu lange mit Kindern geredet habe heute Oder ist das wirklich unfassbar witzig, was hier gerade passiert Was heißt das denn? Das heißt genau das, Lucy Das ist doch noch!